Jo, herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Diesmal habe ich euch ein paar Clips vom Showfahren mitgebracht, die ich mit ein paar Jungs gemacht habe. Und zwar an der Eröffnung vom Geister Kickboarder Skatepark in Wetzicken. Wie immer würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Es gibt jeden Mittwoch ein neues Video auf meinem Channel. So, und jetzt viel Spass! Rhyan Little Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.